In diesem Video wollen wir uns noch einmal mit dem Thema Klimagerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit beschäftigen. Wie wir schon gesehen haben, sind die regionalen Auswirkungen des Klimawandels, aber auch der Beitrag zum Klimawandel global sehr unterschiedlich. Diese Klimagerechtigkeiten oder eben Ungerechtigkeiten manifestieren sich in einer Vielzahl von Dimensionen, aber auch auf allen möglichen Maßstabsebenen. Auf globaler Ebene, haben wir schon gesehen, sind die Länder sehr unterschiedlich an der Verursachung des Klimawandels bzw. an Emissionen beteiligt, aber sie sind auch sehr stark unterschiedlich von den Folgen des Klimawandels betroffen. Vor allem tropische und vor allem ärmere Länder, vulnerabere Länder sind stärker betroffen. Wir haben grob gesagt eine sehr große Diskrepanz zwischen den Verursachern und den Betroffenen des Klimawandels und das wirft natürlich Fragen nach globaler Verantwortung und Klimagerechtigkeit auf. Schauen wir uns das anhand von zwei Karten an. Zum einen der Anteil der Länder an den kumulativen CO2-Emissionen. In dunkel dargestellt hier Länder mit einem sehr hohen Anteil an kumulativen historischen CO2-Emissionen. Da sehen wir haben die USA beispielsweise, Russland, die EU, Australien, aber auch China einen sehr hohen Anteil und es gibt andere Länder, fast ganz Afrika, wie schon erwähnt, hat einen sehr, sehr geringen Anteil an den kumulativen Emissionen. Die zweite Weltkarte stellt die Länder nach ihrer Bewertung hinsichtlich des Risikos gegenüber Naturgefahren dar, sprich der Weltrisikoindex in einer Karte. Wenn man diese beiden Karten jetzt nebeneinander legt, dann fällt schon ein grundsätzlicher Trend auf, eine Grundstruktur. Länder, die einen sehr hohen Anteil an kumulativen Emissionen haben, haben eine Tendenz dazu, weniger anfällig gegenüber Klimarisiken zu sein und umgekehrt. Wenn wir diese beiden Werte, den Anteil an kumulativen Emissionen und den Weltrisikoindex, als zwei Achsen in einem Diagramm auftragen und alle Länder dort platzieren, dann zeigt sich schon ein deutlicher Zusammenhang. Länder mit hohen Emissionen tendieren dazu, weniger von Klimarisiken betroffen zu sein. Die Länder, die am allermeisten von Klimarisiken betroffen sind, sind eigentlich relativ geringe oder zum allergeringsten Teil Verursacher des Klimawandels. Aus einer ökonomischen Sicht könnte man das auch so deuten, dass kumulierte Emissionen mit einem gewissen akkumulierten Wohlstand und damit auch einer höheren Bewältigungskapazität für Klimarisiken verbunden sind. Diese Unterschiede auf globaler Ebene zeichnen sich jedoch auch auf einer subnationalen Ebene ab. Bestimmte Gruppen sind besonders vulnerable gegenüber Klimarisiken. Denken wir an die kleinbäuerliche Landwirtschaft oder an ländliche und städtische Armutsbevölkerung und andere benachteiligte Gruppen. Aber es gibt natürlich auch besonders gefährdete und benachteiligte Gebiete, Küsten, Deltas, Trockengebiete und so weiter und so fort. Aber diese Unterschiede zeigen sich auch auf einer Meso- oder Mikroskala. Innerhalb von Dörfern, von Haushalten, auf individueller Ebene zeigen sich die unterschiedlichen Einflüsse des Klimawandels und Betroffenheit von Klimarisiken. Denken wir an die intersektionalen Benachteiligungen durch Geschlechtszugehörigkeit, Kaste, Klasse, Alter, Behinderungen und so weiter, die unterschiedliche Positionalitäten, Zugang zu Ressourcen, Fähigkeiten sich zu artikulieren und so weiter innerhalb der Gesellschaft bewirken. Neben diesen unterschiedlichen Skalen manifestiert sich die Ungleichheit oder Klimaungerechtigkeit allerdings auch in verschiedenen Dimensionen. Wir haben hier also eine klare Divergenz von Verursacherinnen von Emissionen gegenüber den Betroffenen. Auf einer internationalen Dimension, das haben wir schon gesehen, unterschiedliche Länder. Wir haben das in einer sozialen Dimension, Arm zu Reich. Das haben wir auch schon gesehen. Aber wir haben das Gleiche auch auf einer intergenerationellen Dimension. Sprich, die nachfolgenden Generationen werden wesentlich stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen sein als die jetzigen oder als die jetzigen älteren Generationen. Besonders schön haben das Berechnungen von Climate Analytics gezeigt, die die altersabhängige Wahrscheinlichkeit aus demografischen Daten berechnet haben, eine Welt mit plus 1,5 Grad Celsius, plus 2 Grad Celsius und 3 plus 3 Grad Celsius, sprich 2035, 2050 und 2100 noch zu erleben. So hat beispielsweise ein Mensch, der in Deutschland im Jahre 2019 60 Jahre alt ist, eine 62-prozentige Wahrscheinlichkeit, das Jahr 2035 mit plus 1,5 Grad noch zu erleben, eine zweiprozentige Wahrscheinlichkeit, das Jahr 2054 mit plus 2 Grad zu erleben und eine nullprozentige Wahrscheinlichkeit, das Jahr 2100 mit möglicherweise plus 3 Grad noch zu erleben. Ein Mensch, der allerdings 16 Jahre alt ist, im Jahre 2019, hat eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, die anderthalb-Grad-Welt in 2035 zu erleben, eine 96-prozentige Wahrscheinlichkeit, die 2-Grad-Welt in 2054 zu erleben und immer noch eine vierprozentige Wahrscheinlichkeit, eine möglicherweise 3-Grad-Welt im Jahr 2100 zu erleben. Dass der Klimawandel ein so großes politisches Problem darstellt, sowohl was die Bewältigung der Klimawandelfolgen angeht, aber vor allem auch der Emissionsverminderung oder Vermeidung, liegt zum gewissen Teil daran, dass wir so eine Divergenz in den unterschiedlichen Dimensionen haben. Unsere politischen Systeme, die ja ihren Schwerpunkt und ihre größte Funktionsfähigkeit auf nationaler Ebene haben, tun sich schon schwer genug damit, innerstaatliche soziale Unterschiede und Ungerechtigkeiten zu verbessern oder auszugleichen. Auf internationaler Ebene ist es noch einmal schwieriger, Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zwischen Staaten auf globaler Ebene zu bewältigen und anzugehen. Und eine der größten Herausforderungen ist wahrscheinlich diese intergenerationelle Dimension, denn eigentlich müssten Repräsentationssysteme, wie wir sie in demokratischen Gesellschaften haben, auch die Interessen und Rechte der noch nicht mal geborenen Generationen berücksichtigen, die aber keinerlei Wählervertretung hat. Vielleicht muss man die globale Protestbewegung um Fridays for Future auch vor diesem Hintergrund sehen. Menschen, die keine politische Repräsentation in unseren Systemen haben, können nicht wählen und deshalb Mehrheiten beeinflussen. Die können aber auf die Straße gehen und ihre Interessen da legitim äußern. Das ist wahrscheinlich die effektivste Möglichkeit, die sie haben, um ihrer Stimme in bestehenden politischen Repräsentationssystemen Gewicht zu verleihen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.